Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein paar Tricks zeigen, wie du dafür sorgen kannst, dass du die Frau beim ersten Date küsst oder dass die Frau dich beim ersten Date küsst. Da zeige ich dir gleich was Interessantes zu. Bevor wir ins Video durchstarten, ich habe ein Live-Webinar gestaltet, in dem ich dir meine drei größten Geheimnisse verrate, wenn es ums Thema Frauen geht, Frauen verstehen, Frauen kennenlernen, Frauen ansprechen und verführen. Und du kannst dir einen Gratisplatz in diesem Live-Webinar sichern. Das Ganze kannst du im ersten Link unten in der Beschreibung machen oder jetzt auf dem Infopunkt. Am Ende des Videos wirst du es auch nochmal machen können. Ja, das Live-Webinar, da bin einfach ich derjenige, die dieses Webinar hält. Es wird ungefähr eine Stunde gehen, vielleicht ein bisschen länger und du erfährst meine drei größten Geheimnisse im Umgang mit Frauen, Frauen kennenlernen, Frauen ansprechen, Frauen verführen und so weiter. Ich würde mich freuen, dich im Live-Webinar begrüßen zu können und erster Link in der Beschreibung kannst du dir einen Platz sichern. Ja, also worum es heute gehen soll, ist, wie du es schaffst, dass du auf dem Date erstmal körperlicher wirst, aber wie du dann auch zum Kuss auf dem ersten Date kommst und wie du, und da verrate ich dir am Ende des Videos einen kleinen Trick zu, wie du es schaffst, dass die Frau dich auf dem ersten Date küsst. Das ist ein bisschen was für Fortgeschrittene, das kann aber funktionieren und ist sehr, sehr witzig, wenn es funktioniert. Kommen wir aber gleich genauer zu. Also erstmal, um zu verstehen, wie du zum Kuss kommst auf dem ersten Date, ist es ganz wichtig, ich persönlich mache meine Dates meistens mit mir zu Hause, meine ersten Dates bei mir zu Hause in der Wohnung. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich, ich habe hier meinen Sessel und ich bin dann mit den Frauen meistens auf dem Sessel und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Bar bist auf dem ersten Date, dann sind die Möglichkeiten für schnellen und effektiven Körperkontakt natürlich etwas schlechter, als wenn du bei dir zu Hause bist und du kannst auf dem Sessel sitzen oder auf dem Sofa oder vielleicht sogar auf deinem Bett, da sind die Möglichkeiten natürlich etwas anders. Aber dann geht es darum, das Ganze so ein bisschen nach oben zu eskalieren, also einfach die Frau immer ein bisschen mehr zu berühren, immer ein bisschen intimer zu berühren, bis du dann zu dem Punkt kommst, wo du dann den Kuss theoretisch einfach machen kannst. Ja, das fängt damit an, dass du zum Beispiel mit der Frau spielerisch Händchen halten kannst, das ist eine ganz witzige Sache, du nimmst einfach ihre Hand und dann nimmst du die Hand und tust, als ob ihr Händchen halten würdet, weißt du. Und wichtig bei diesen Sachen ist immer, dass du es auf eine gewisse spielerische Art und Weise machst, also dass du nicht so bist, oh mein Gott, jetzt sind wir zusammen, sondern dass du nimmst ihre Hand, du lässt es ein bisschen schwingen und bist so, ich schaue mal, ob das passt. Und dann schwingst du so ein bisschen ihre Hand, du hältst so ein bisschen ihre Hand und dann irgendwann lässt du die Hand einfach los und sagst so, ah, ich glaube, das passt nicht und grinst sie einfach frech an. Ja, dieser freche Aspekt ist bei diesen Sachen, bei diesen spielerischen Sachen immer wichtig. Sei auch immer der Erste, der den Körperkontakt abbricht, dann wird das nämlich dafür sorgen, dass sie mehr Körperkontakt will, wenn du immer der Erste bist, der ihr den Körperkontakt abbricht. Wenn sie den Körperkontakt abbricht oder den Körperkontakt nicht mitmacht, den du gerade machst, dann ist das für dich ein Zeichen, okay, sie ist noch nicht bereit für den Körperkontakt oder für die Art von Körperkontakt, die du gerade aufbaust. Probier es einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Das heißt, wenn sie dir ihre Hand nicht gibt, dann ist sie in diesem Moment noch nicht bereit dafür, ist nicht schlimm, rede einfach weiter mit ihr, sorg dafür, dass sie ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringt und dann probier es einfach nochmal. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch hier auf dem ersten Date. Also das ist ihre Hand genommen. Sachen, die du auch machen kannst, ist sie einfach zufällig mal am unteren Rücken berühren oder an der Hüfte berühren. Wenn ich zum Beispiel in meiner Küche bin und ich koche mit den Frauen, dann schneiden die zum Beispiel etwas, ich schneide etwas und dann berühre ich sie einfach mal an der Hüfte oder hinten am unteren Rücken. Und so merkst du, eskaliert es immer weiter von, du berührst ihre Hand zu, du berührst ihr am unteren Rücken oder berührst sie hinten. Wenn ihr zum Beispiel in einer Bar wart und ihr seid dann noch ein bisschen unterwegs, kannst du sie auch zum Beispiel einhaken hier. Also du nimmst einfach deine Hand, tust sie in deine Jackentasche und lässt sie sich dann hier einhaken. Das ist auch wieder so eine Möglichkeit, Körperkontakt aufzubauen und das Ganze höher zu eskalieren. Wenn du dann zum Beispiel zu Hause bist und das mache ich super gerne auf meinem Sessel, sie ist dann auf dem Sessel zum Beispiel, sie sitzt auf dem Sessel und ich lege mich dann einfach sozusagen zu ihr. Also ich lege mich einfach irgendwie auf ihren Schoß und ich mache das halt einfach. Also du fragst nicht danach, sondern du machst das einfach und guckst dann, was passiert. Du wirst schon merken, wenn sie nicht bereit ist für den Schritt und dann gehst du halt einen Schritt zurück. Also wenn sie nicht bereit ist dafür, dann lässt du es sein und quatscht erstmal ein bisschen mit ihr, bevor du dann weitermachst. Aber ich lege mich einfach so auf ihren Schoß oder in ihren Schoß und was ich dann oft mache oder was du dann gut machen kannst, dass du einfach ihre Hände nimmst und zum Beispiel ich hatte jetzt die Tage in Date, da habe ich einfach ihre Hände genommen und habe sie ein bisschen meinen Kopf kraulen lassen, sie hat sie ein bisschen gekrault. Was ich auch sonst gerne mache, ist mich massieren lassen. Du setzt mich einfach da hin und sagst, komm massier mich und selbst wenn die Frau sagt so, ah nein, ich kann das nicht oder ah lieber nicht, dann sag einfach so, hey, kein Stress, wir machen das einfach mal, du lernst das jetzt, massier mich einfach mal, probier es einfach mal. Also wichtig ist immer, dass du bei diesen Sachen auch ein bisschen hartnäckig bleibst, ein bisschen am Ball bleibst. Wenn die Frau im ersten Moment nein sagt, dann bleib einfach dran und sorg dafür, dass sie es einfach trotzdem tut. Wenn zum Beispiel sie dich so, oh nein, ich kann nicht massieren, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, dann sag einfach, keine Sorge, wir lernen das, ich bringe ihr das bei, komm, setz dich hin. So, und dann gibst du ihr eine Massage und wenn sie dann so ist, nein, ich möchte auch keine Massage, dann sei so, okay, setz dich mal hinten ganz kurz, ich zeig dir das. Ich muss ja auch ein bisschen üben können bei der Massage. Und das ist halt sehr effektiv, um Körperkontakt zu der Frau aufzubauen, um relativ entspannt auch Körperkontakt zu der Frau aufzubauen. Und ein Kumpel von mir, das ist eine ganz witzige Geschichte, hat das auch mal gemacht mit einer ganz fremden Frau im Bus, die hat ja den Bus kennengelernt, im Fernbus, sind zusammen nach Berlin gefahren und dann haben die halt ein bisschen gequatscht und hat er sich einfach irgendwann in ihren Schoß gelegt, hat ihre Hand genommen und hat sich so kraulen lassen von ihm, von ihr. So einfach nachdem sie da eine halbe Stunde im Bus miteinander gequatscht hatten. Und es hat funktioniert. Die beiden haben dann im Nachhinein auch miteinander geschlafen, im Bus natürlich nicht, das ging ja nicht, aber haben dann miteinander geschlafen noch. Und so kannst du diese Sachen eskalieren. Wenn du es nur einfach machst, du musst halt frech genug sein, es auch einfach zu machen. Das ist der wichtige Punkt bei diesen Sachen. Und dann kann das funktionieren. Und von da aus kannst du dann relativ einfach zum Kuss übergehen. Dann kannst du sie zum Beispiel einfach anschauen. Angenommen, ich liege in ihrem Schoß, dann drehe ich mich vielleicht zu ihr um, schaue sie an und sage, komm mal her oder greife hier im Nacken und ziehe sie ein bisschen ran und küsse sie dann. Auch wieder, wenn sie an diesem Punkt nicht bereit dafür ist, dann ist nicht schlimm. Lass es einfach sein. Leg dich wieder in ihren Schoß und quatsch noch ein bisschen mit ihr. Probier es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und jetzt habe ich dir ja vorhin erzählt, dass ich dir noch zeige, wie du es theoretisch schaffen kannst, dass die Frau dich zuerst küsst. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das ist so witzig. Das funktioniert nicht immer. Aber es funktioniert, wenn du es gut genug machst, wenn du es mit genug Humor machst. Das ist eine Sache, da brauchst du wirklich Humor für. Das muss witzig sein, das muss spielerisch flirtend sein und frech sein, damit es gut funktioniert. Wenn du zum Beispiel dann irgendwie auf ihr liegst oder du hast deinen Kopf in ihrem Schoß oder was auch immer oder du kannst auch ihren Kopf nehmen und auf dein Bein legen. Zum Beispiel leg dich mal hin und du kannst sie dann kraulen. Das kannst du auch machen. Das ist auch möglich. Aber wenn du zum Beispiel dann an dem Punkt bist und du liegst so mit deinem Kopf in ihrem Schoß, dann kannst du einfach mal oder ihr sitzt euch gegenüber, dann kannst du so ein bisschen sagen, ja ich fände es voll verrückt, wenn du mich jetzt küssen würdest. Hast du schon mal einen Typen so zuerst geküsst? Und dann lässt du sie sich ein bisschen darüber erzählen. Pflanzt erst mal so den Gedanken in ihrem Kopf. Und dann geht es halt darum, das Ganze so ein bisschen spielerisch und lustig zu machen. Dann mache ich zum Beispiel so Sachen wie so, okay pass auf, ich mache mal meine Augen zu und komme einfach näher, komme einfach nur näher. Wir küssen uns nicht, wir küssen uns nicht, komme einfach nur näher. Also ich mache es wirklich so Etappenweise. Ich bin so, komme mal kurz näher, aber wir küssen uns nicht. Erstens ist das witzig, weil sie ist dann so, okay küssen wir uns jetzt oder küssen wir uns nicht. Auf der anderen Seite kann sie sich dann auch entspannen, weil sie denkt, okay jetzt küssen wir uns erstmal noch nicht. Natürlich werdet ihr das gleich machen. So, komme einfach mal näher und wir küssen uns aber nicht, komme einfach näher. Und dann bist du so, bist du jetzt näher dran, weil du siehst ja nichts. Bist du jetzt nah dran und siehst so, ja ich bin jetzt relativ nah dran. Und dann kannst du halt immer so weiter erst reden und sagen, okay jetzt küssen wir mich aber nur so ganz kurz, nur ganz kurz, küssen wir mich nur ganz kurz. Gib mir so einen Kuss. Und du musst halt immer so weiter, Ziel der Sache ist, dass du einfach, du redest auf sie ein und sagst so, okay komm nur kurz näher, nur ein bisschen näher. Setz dich mal gerade hin, komm ein bisschen näher, gib mir so einen kleinen Kuss. Und es geht darum, das immer weiter zu treiben, also immer den nächstgrößeren Schritt zu nehmen. So, setz dich einfach mal gerade hin, komm mal, setz dich mal näher zu mir, ich mach mal die Augen zu, komm mal so ein bisschen näher ran und gib mir nur so einen ganz kurzen Kuss, gib mir nur so einen Kuss auf die Backe. Vielleicht lässt du dir erst einfach einen Kuss auf die Backe geben, so, okay, okay, jetzt kommen wir noch mehr, kommen wir noch mehr, gib mir nur einen Kuss auf den Mund und dann gibst du dir einen kurzen Kuss auf den Mund. Und ja, in dem Moment, wo du dir den Kuss auf den Mund gibst, könntest du sie schon ranziehen und einfach so in das normale Rumgehen übermachen. Aber so kannst du das schaffen, dass die Frau dich zuerst küsst, wenn du es spielerisch machst, wenn du es lustig machst. Zuerst pflanzt du diesen Gedanken in ihrem Kopf und sagst sowas wie, hey, hast du mal einfach einen Typen zuerst geküsst, ich find das mega witzig, ich mach das manchmal mit Frauen und dann machst du deine Augen zu und sagst, okay, setz dich mal hin, setz dich mal aufrecht hin, komm mal ein Stück näher, okay, jetzt gib mir mal einen Kuss auf die Wange, nur auf die Wange. Und wenn sie dann ist, ah, ich bin mir nicht sicher, du musst halt an dieser Stelle, musst du halt dranbleiben. Also wenn sie sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, dann sagst du, nur ganz kurz, nur einen Kuss auf die Wange, komm mal näher, nur ganz kurz. Also du bleib einfach dran und sag einfach immer wieder, dass ich es machen soll und irgendwann ist dann halt deine Realität meistens stärker als ihre Realität und meistens macht sie es dann. Und so kannst du halt von Kuss auf die Wange oder nur kurz näher kommen zu Kuss auf den Mund kommen und dann zum Rummachen kommen. Wenn das nicht funktioniert, es funktioniert nicht bei allen Frauen, dann nimm die Frau einfach oder sag, komm her, greif die Frau hier im Hals, zieh sie ein bisschen ran und küss sie dann. Ja, nachdem du diese ganzen anderen Aufbausachen gemacht hast, nachdem du ihre Hand gehalten hast, nachdem du sie am unteren Rücken und Hüfte berührt hast, nachdem du zum Beispiel in ihrem Schoß lagst oder sie auf deinem Schoß lag, nachdem ihr euch massiert habt, kannst du dann einfach in den Kuss übergehen. Und ja, der Kuss ist immer so eine Sache, man fühlt sich immer ein bisschen, man ist immer ein bisschen aufgeregt davor, aber mach es einfach. Also mach es einfach, schau, was passiert. Wenn sie nicht bereit ist für den Kuss, dann alles in Ordnung, bleib einfach weiterhin bei dem Thema, wo du gerade bist, quatsch wieder mit ihr und versuch es in einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und es ist absolut mehr als möglich, fast jede Frau auf dem ersten Set zu küssen und auch mit vielen Frauen auf dem ersten Date zu schlafen, wenn du nur einfach wirklich dran bleibst, wenn du es nur machst, wenn du die Schritte gehst, die du gehen musst, dann passiert es mit den meisten Frauen sehr, sehr schnell auf dem ersten Date, erster Kuss oder erster Sex. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Trag dich gerne für mein Live-Webinar ein. Ich habe ein Live-Webinar gestartet, habe ich dir ja gesagt, das kannst du hier unten machen, da kannst du dich für das Live-Webinar anmelden, da kannst du den Channel abonnieren und hier gibt es zum letzten Video auf diesem Channel ein super spannendes Video mit meinem besten Trick zum Frauenverführen, wenn dir das Video gefallen hat, wird dir das Video auch auf jeden Fall gefallen. Schön, dass du dabei warst, wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder, bis dahin, ciao.